Tja, jetzt von den Leuten, die man noch bekämpfen kann, wir haben so 1, 2, noch 3, ok. Ähm, hier würde ich es gerne mal mit meiner anderen Strat versuchen. Nämlich mit meiner Magnetwelle Strat und mit Flumph Pässe dazu. Als Schlüsselschwert, ja, da müssen wir natürlich noch die Einstellung kurz umstellen, denn hier werden wir uns vor allen Dingen auf Feuer verlassen müssen. So, und ich nehme auch mal ein paar Limits raus, die ich gerade überhaupt nicht brauche. Deshalb, der Komet, der kommt jetzt mal aus. Das kann man nutzen und die Beheilung. Dann habe ich durchaus schnell wieder bei mir. Und Trio-Level braucht man im Prinzip eigentlich auch nicht. Zumindest nicht für diesen Kampf. Deswegen nehme ich das mal weg und dann gucke ich mal, ob es nicht vielleicht irgendeine andere Stabilität gibt, die ich dann vielleicht doch besser eignen würde, aber das war es eigentlich auch schon. So, warte mal. Ne, Limit Boost wäre eigentlich besser als Luft Combo Boost. Jetzt, zack, weg. Und dort, ja, erhöht die Dauer von Limit Moves. Das ist genau das, was wir wollen. Genau das, was wir brauchen. Definitiv. So, versuchen wir mal unser Glück hier. Na, so. Dance, water, dance! So, ich glaube, da schalten wir immer so fünf Stücke aus, wenn man Glück hat. Und, ja, genau. Probe jetzt zum Beispiel. Und abschließend den Luft Combo Boost hätte ich rausnehmen sollen. Ja, okay, weißen Form, da hilft nichts anderes mehr. Das hätte ich nicht ohne, ohne die weißen Form hätte ich es nicht geschafft, definitiv nicht. Okay, das hätte ich nochmal schaffen können, vielleicht. Okay. Also, im grünen Bereich. Shit. Gut. Oh, oh. Oh, oh. So, ich lass ihm eine Ruhr. Okay, also offenbar scheint sich da so ähnlich zu verhalten in seinem normalen Kampf, dass wenn ich Sammy Mitchell nicht treffe, er mir ganz oft seine RC geben will. Oh nein, jetzt mal nicht. Tja, diesmal kann ich hier vielleicht eingehen als damals. Oh, okay. Interessant, dass er jetzt diese Einlage bringt zwischendurch. So, versuchen wir es mal. Ja, es macht noch deutlich mehr Schaden. Nice. Heiliger. Ich stelle dir das schön, dass es runter geht. Also, immer vom Feuer ist broke. Well, broken. Get to the beat. Null. Shit, es ist ein Beide-Tot. Nein. Nein. Ah, schade. Okay, aber es läuft mal in einem Tempo, wo ich sagen kann, okay, damit kann ich arbeiten. Oder da habe ich zumindest ungefähr gerechnet, sag ich mal so. Hm, die ersten zwei Phasen, die kann ich noch so überstehen. Ach, komm, wir haben nicht so. Wirklich. Scheiße. Weinig. Todesweinig. Okay. Okay. Ich denke, ich werde es so machen, was YouTube angeht, dass ich die einzelnen Episoden hier nach den Mitgliedern gestalte. Einfach, weil es ja einige Mitglieder gibt, die ich ja noch gar nicht bekämpfen kann, leider. Ich glaube, das ist nicht so viel für mich. Also, ohne dass ich jetzt, äh, das so schaffen würde mit der anderen Methode, mit der Magnetspirane. Ah, shit. Einmal schon vorher verschwindet. Feuer! 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 Wasser! Dann! 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 Oha! Und dabei kämpfte ich mal aus der Entfernung. Was macht ihr so verfugt für Schaden? Oh oh! Bitte lass mich treffen! Was? Was? Ah verdammt, Donald ist tot. Ganz ruhig beim Freundchen. Ach, Donald schockt mich immer viel zu schnell weg. Ja, danke dir dafür. Ach, komm schon, lass mir doch mal eine Möglichkeit hier anzureifen. Okay. Fuck. Den letzten vier Erkettdrucker hätte ich mal besparen müssen. So, wir müssen uns heilen. Ja. Ach komm. Was? Okay, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass ich noch genügend Zeit habe, um die Überform einzusetzen. Aber natürlich nicht. Denen gefallen wir mir das Spiel auch wieder nicht tun. Ich muss sagen, die Zeit geht heute relativ fix rum. Ja. Das ist jetzt schon halb neun ist. Hätte ich nicht gedacht. Auch morgen wird er endlich meine defekten Küchenmöbel abgeholt. So, das darf ich eigentlich auch ohne weiße Form schaffen. Die Phase. Schön weit oben bleiben, dann können wir uns die auch nicht treffen. Nein, verdammt. Ja doch. Oh, und da ist noch einer. Ja, und jetzt brauche ich die weißen Form. Geht gar nichts anderes. Einfach weil der Radius, der durch das weißen Formfeuer ausgefüllt wird, abgeleckt wird. So hoch ist. Oder viel höher als bei dem über Formfeuer. Boah, voll gar besser gesagt. Da brauchst du einfach was, Aether. Nice. Oh, er hat jetzt schon seinen DM. Interessant. Was? Okay, bleib mal schön so. Danke. Dann machen wir gleich mit der Überfung weiter. Nice. Ah, ich glaube, die Form jetzt sollte mit mir ausgehen. Oha. Oh, danke dir, Ronald. Und zu mir ist hier echt brenzlig geworden. 5 Ach so hier geht's nicht an der Richtung. Ich dachte, er wäre mir jetzt mal entgegenkommen. Wow, ich hätte ja nicht gedacht, dass ich da durchkomme. So einfach. Oh shit. Oh, jetzt muss ich mir aber ein Zeug legen. Das doch zu schaffen. Zumal ich auch nicht in eine Drive-Form gehen kann, leider. Okay, jetzt wäre es wieder eine Option. Okay, ich glaube, es geht nicht anders. Ich weiß nicht, ob das schon die letzte Form ist, weil wenn ja, dann wäre es echt schlecht. Ich habe viel zu wenig Ressourcen dafür. Ich habe so langsam das Gefühl, das könnte jetzt Phase sein. Ja, eindeutig. Shit, viel zu wenig gekürt. Shit, 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 shit. Oh mein Gott, es wird viel zu knapp. Okay, ruft da, ruft da. Stirb. Knappe Geschichte. So, dann bleiben wir jetzt nur noch Lachs ziehen. Und wechseln. Von denjenigen, die wir jetzt zumindest machen können. Ja. Okay. Gut, dann würde ich sagen, reicht das für heute, was Kinema 2 betrifft. Und dann switchen wir jetzt rüber zu Channel 4 Memories Platin. Weiter an der Platin Trophäe dort arbeiten. Ich sollte nun vorher noch speichern. Und Stingemaut werde ich erstmal mit Trikot Leveln weitermachen, weil das ist so reinigenlastig und relativ eintönig, deswegen kann man dabei eigentlich ganz gut weiter labern.